Wollte gleich eh auf lang gehen. Achso, okay. Ach, ich nehm das raus hier. Denn... Bitte was? Äh, ich wollt nur Tschüss sagen. Achso. Naja, ich wünsch dir eine gute Nacht. Oh, Zombie irgendwo. Achso. Ja, egal. Was? Na, mach die Tür nicht zu. Dann kommen die nicht rein. Äh, wie? Nicht zu machen. Ach, man soll die nicht zu machen. Ja, das ist ein neuer Bug, man. Ich vergesse immer das zu drücken. Ja, äh, nein, nein. Wir haben nicht mehr, also dass ich jetzt, weil die das neue Update rausgebracht haben, ist es wieder so ein Bug, dass du, wenn du die Türen schließt, kommen sie durch. Ganz bescheuert. Ach, okay. Zum Beispiel in Häuser, wenn du die Türen offen lässt, kommen sie nicht rein, aber bei zum Beispiel so Fabrikhallen, oder bei den Garagen da halt, wo die großen Türen sind, da musst du halt die schließen, weil ansonsten kommen die rein. Also bei Garagen musst du das zu machen, bei so Häusern musst du das jetzt machen. Hä? Oh, never ending story hier. Oh, ja. Ja, ja, das wird lustig noch. Ja, ja, die wollen das. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Ciao. Ich wünsche dir eine gute Nacht.